Die goldenen 20er kehren am Freitag zurück, aber eben auch der Regen mit den goldenen 20ern sind natürlich die Temperaturen gemeint und auch teilweise der Sonnenschein, aber im Norden, da haben wir eben die dichten Wolken und teilweise auch den Regen, das sehen wir hier sehr schön auf dem kombinierten Wolken- und Niederschlagsvorschaufilm. In der Mitte und im Süden ist es zwar auch ab und zu ein bisschen wolkig, aber da kommt die Sonne besser durch als am Donnerstag, das heißt gerade in Süddeutschland wird der Freitag sonniger als der Donnerstag und trocken sowieso. Trotzdem starten wir in den Morgenstunden hier teilweise mit Nebel, besonders entlang der Flüsse in Senken oder auch an Seen wie zum Beispiel dem Bodensee. Ansonsten über der nördlichen Mitte dichte Wolken und etwas Sonnenschein ganz im Norden, da gibt es keine Sonne und hier fällt auch ein bisschen Regen. Hier sehen wir mal die Regengebiete, wie sie so durchziehen, wir sehen aber schon von der Menge her ist das nicht allzu viel, es wird halt ein bisschen nass, aber die großen Mengen sind es nicht. Dazu ist es auch noch windig, man könnte also denken, es ist eigentlich so ein bisschen Herbstfeeling, aber das passt nicht ganz zu den Temperaturen, auf die schauen wir gleich. Die sind nämlich auch im Norden nicht wirklich warm, aber trotzdem noch leicht überdurchschnittlich für die Jahreszeit. Über der Mitte und im Süden scheint dagegen verbreitet die Sonne und es wird ein richtig toller Oktobertag. Bei den Sonnenstunden sehen wir große Unterschiede, im Norden so gut wie nix, über der Mitte zwei bis acht Sonnenstunden und im Süden sogar bis zu zehn örtlich, wenn hier die Sonne richtig gut durchkommt. Und da ist es auch mit 20, 22 Grad am wärmsten, so ein paar Zwanziger gibt es auch so vom Rheinland bis in die Leipziger Tieflandsbucht und im Süden Sachsen-Anhalt, ansonsten im Norden verbreitet knapp unter 20 Grad. Dann der Samstag, eine ähnliche Verteilung, das Ganze kippt so ein bisschen in die Diagonale, das heißt vor allem von Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg die dichten Wolken und den Regen im Süden nach wie vor nach Nebel sonnig, hier auch bis zu 25 Grad warm, ansonsten unter dem Regen nur 15, 16 Grad.